Ich meine, der Wahnsinn sind doch diese wahre Zeiten auf die Kita-Presse, das ist doch kaum zu fassen. Das ist doch einfach ein Blödsinn. Da müssen Sie halt mal vorausschauend agieren und den richtigen Zeitpunkt finden. Wir haben unsere Kinder schon während der Schwangerschaft angemeldet, wir haben den Antrag einfach ausgefüllt, die Namen werden nachgeleitet. Und wir haben bereits beim zuständigen Jugendamt angerufen, noch während des Zeugungsantrags.